5 Anzeichen, dass du schon zu lange im Überlebensmodus steckst. 1. Egal wie sehr du versuchst dich zu entspannen, du schaffst es nicht. 2. Du planst und planst und planst, aber es reicht dir nicht aus. 3. Deine Gedanken machen nie eine Pause und es ist auch kein Ende in Sicht. 4. Du hast einfach keine Ahnung, wie du die Gegenwart genießen sollst. 5. Du hast deine Gedanken ständig in der Zukunft oder der Vergangenheit.